Hallo, liebe Zuschauer, ich bin's, Betty Fils. Herzlich willkommen bei Bettys News Home-Kanal. Informiert, irritiert, observiert. Ja, wir sind weltanschaulich neutral. Wir beziehen unsere Information aus der Welt, aus dem Netz. Kontrovers, divers, knitzelfers. Ja, und wenn wir zwei unterschiedliche Quellen haben, dann wird nicht diskutiert. Dann werfen wir einfach eine Dollarmünze. Denn der Dollar steht für Freiheit, Demokratie. Und man kann sich trotzdem schicke Sachen damit kaufen. So, also unser heutiges Thema ist Covid-19. Sie können es nicht mehr hören, Sie können es nicht mehr hören. Ja, ich auch nicht. Und die gute Nachricht ist, müssen Sie auch nicht weg mit dem alten Scheiß. Hauen Sie es einfach weg. Es gibt ein neues Virus. Neues Spiel, neues Glück. Ja, 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 ja. Es erzeugt Störungen in der Selbstwahrnehmung. Es ist zum ersten Mal vor vier Wochen in einem Golf-Ressort in Florida aufgetaucht. Forscher haben es auf den Namen Trump 20 getauft. Meine Güte. Und jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir den ersten Infizierten in Deutschland. Es ist der Immobilienmakler Gunther Lehmann. Er ist uns jetzt aus der Quarantäne-Station der Charité zugeschaltet. Hallo, Herr Lehmann. Sagen Sie, wie lebt es sich denn als Trump-Infizierter? Wie es sich als Infizierter lebt? Das ist eine dumme Frage. It's a stupid question. Are you a journalist? You are not a journalist. Sie sind eine Lügenpresse. Herr Lehmann. Ich bin nicht infiziert. Ich habe einflussreiche Freunde, die mich täglich anrufen und sagen, Gunther, du bist der nicht infizierteste Mann in Deutschland. Es hat in der ganzen Geschichte dieses Landes noch nie einen Mann gegeben, der nicht infizierter mit Trump gewesen ist als ich. Man wird es mir auch ansehen, oder? Na ja, schauen Sie doch mal in den Spiegel. Das mache ich. Jeden Tag von 6 bis 22 Uhr. Und ich muss Ihnen sagen, was ich da sehe, gefällt mir. Besonders, wenn noch kein Anzug darüber hängt. Und was sehen Sie da? Ich sehe einen schlanken, wunderschönen Mann Anfang 30 mit schneeweißen Zähnen und lockigen schwarzen Haar. Äh, Herr Lehmann. Ich bin noch nicht fertig. Ich sehe einen schlanken, wunderschönen Mann Anfang 30 mit schneeweißen Zähnen und lockigen schwarzen Haar. Ja gut, also jetzt, das sagten Sie bereits. Ist das Ihre Art von Journalismus? Mich zu unterbrechen? Hören Sie mal zu. Es hat, es hat noch nie einen schwarzhaarigeren, schneeweißzähnigeren, jüngeren Reichskanzler gegeben als mich. Herr Trump. Quatsch. Herr Lehmann. Gut beobachtet, ja. Ich bin beides. Es ist in Deutschland noch nie jemand beider gewesen als ich. Ich bin der beideste Mensch. Ich bin sogar beider als Joe Biden. Beide Biden. So, ich habe ihn jetzt mal weggeschaltet. Ist ja nicht zum Aushalten. Also Sie sehen, Menschen, die an Trump erkrankt sind. Also die haben ein Bild von sich, das wirklich nichts mehr mit der Realität ihrer eigenen Existenz zu tun hat. Zum Beispiel ein 36-jähriger arbeitsloser Lackierer aus Connecticut, der hat nach seiner Erkrankung einen Flugzeugträger in seine Gewalt gebracht und Nordkorea den Krieg erklärt. Dass das Virus auch bemerkenswert dumm macht, beweist, dass er seit zwei Wochen auf dem Pazifik im Kreis rumschippert. Aber wie überträgt sich dieses gefährliche Virus? Dazu bin ich jetzt verbunden mit dem Chef-Virologen der Charité, der Herrn Lehmann schon seit einigen Tagen intensiv untersucht. Hallo, Herr Drosten. Guten Abend, Frau Filz. Nun, zunächst muss ich feststellen, dass sich Trump 20 erfreulicherweise nicht durch Körperkontakt überträgt, sondern durch Blicke, die allerdings nicht persönlich sein müssen. Es reicht auch, wenn man einen Erkrankten im Fernsehen sieht. Zunächst verändert sich das Aussehen des Erkrankten. Apropos Aussehen, Herr Drosten. Also, mir fällt da was auf. Habe ich wieder eine Nudel am Kinn? Das passiert mir manchmal. Äh, nein. Nein, ich habe keine Nudel am Kinn. Kein Virologe hat je in der Geschichte der Charité mehr Nudeln an seinem Kinn gehabt als ich. Putin hat weniger Nudeln an seinem Kinn. Xi Jinping ist nicht in der Lage, mehr als 13 Nudeln an seinem Kinn zu haben. Ich habe 27 große und kräftige Nudeln an meinem Kinn gehabt, als ich zur Welt kam. Ich werde Sie verklagen. Sie sind eine schlechte Reporterin. Und Sie sind hässlich. Sie haben überhaupt keinen Stil. Ihre Haare sind einfach widerwärtig für eine Frau. Ich habe schon Viren gesehen, die sympathischer waren als ich. Ich würde Sie noch nicht mal mit der Grillzange anfassen. Puh, das war knapp. Da muss man ja höllisch aufpassen, dass man da nicht auch noch von erwischt wird. Meine Güte, was alles ansteckend ist. Lachen übrigens auch. Ja, aber ohne schädlichen Nebenwirkungen. Also, bleiben Sie gesund im Körper, im Kopf und auf dem Kopf. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Markus Lamzen. Herzlich willkommen beim Kanal der Freiheit. Mein Name ist Alice Weidel. Guten Abend und herzlich willkommen bei Anne Wilker. Ich begrüße heute nur zwei Gäste. Sie werden davon in der Zeitung gelesen. Ich habe zwei Menschen, die 65 Jahre lang vergessen von der Welt in einem Kellerloch gelebt haben. Die von einer islamistischen Extremistengruppe, 165 Jahre, im Keller einer Kreuzberger Moschee festgehalten. Bei uns zu Gast sind heute die wohl ärmsten Opfer des ehemaligen Unrechtsregimes DDR. Begrüßen Sie nun Josef und Maria Pachulke. Ich darf doch du sagen. Warum? Wir kennen uns doch gar nicht. Gemütlich im Keller, das ist das typische Stockholm-Syndrom. Das Opfer identifiziert sich mit dem Täter und nimmt ihn sogar noch in Schutz. Nein, nein, hören Sie, Irrtum. Wir waren nicht in Stockholm, wir waren in Berlin. Wunderbar, wunderbar. Da bin ich auch gleich sofort im Thema. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Wenn das so weitergeht, dann sage ich kein Wort mehr. Gut, dann sagen Sie eben irgendwas, was Sie denken. Sie werden sowieso vor der Ausstrahlung nach synchronisiert. 65 Jahre als Paar, zu zweit im Keller, da gab es doch bestimmt auch mal Streit? Ja, nein. Wunderbar, das ist ökologisch vorbildlich. Kein Konsum, keine fossilen Brennstoffe verbrennen, einfach am Ort bleiben und schlafen. Liebes Publikum, unsere Zeit ist leider um, aber Sie beide würde ich wahnsinnig gerne mal mit in unsere öffentlich-rechtliche Yoga-Gruppe nehmen. Von Ihrer Entspanntheit kann die Welt noch was lernen. Aber wir selber, wir sind doch nie richtig zu Wort gekommen. Ja, natürlich nicht. Sie leben Ihr Leben ja auch einfach nur so, als, ich sag mal, Amateure. Sie wissen ja gar nicht, was Sie da eigentlich tun. Vögel wissen ja auch nicht, warum Sie fliegen. Ah, und Sie können uns das erklären? Natürlich. Hören Sie zu, ohne uns Talknasen wüsste doch überhaupt keiner mehr, wo es lang geht. Sie wissen, wenn ich rede. Kennen Sie das Wort, wie slavisch hätte da verwendet? Profi oder Gerd, ich bin in Ihr Robben. Lesen Sie vegan und sind Sie homosexuell? Linden Sie mal da, und so brauche ich mir allein. Glauben Sie an Info, sind wir alle nirgends mehr. Hören Sie zu uns, das ist eine schwierige Frage. Ja, wie war denn das so alleine im Schaum? Ja, wie war denn das mit der Hälfte in der Haut? Ja, wie tanzt man denn, wenn da plötzlich ein Bein fiel? Ja, wie fühlt man sich so als dumme Kämpfkönigin? Ja, wie fühlt sich das an, sozialstensentiert? Ja, wie ist das Feeling, ein Lotto-Gewinner? Ja, das ist denn so das Feeling, wenn die Bühne explodiert. Ganz egal, worum es geht, es ist alles relevant. Es ist alles super wichtig. Deutschland eilig Talkshow-Land. Talk, 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 talk. Talk, 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 talk. Sind wir doch schon alle, sind wir alle für die Fans? Sind wir Deutschen wirklich idealen Nazi? Sind wir Deutschen immer, immer alle viel zu nett? Ist Europa überhaupt noch zu retten? Ist die Balkanroute wirklich aber richtig? Ist die Presse durch und durch verlogen? Was dran, was dran anbieten die Bericht? Ganz egal worum es geht, es ist alles relevant. Es ist alles super wichtig. Wenn wir dran sind, ist das anders, dann seid ihr nicht mehr dabei. Denn für uns heißt Meidungsfreiheit, Volksamtkänger, Volkspartei. Wenn wir dran sind, wird frei. Wenn wir dran sind, wird frei. Wenn wir dran sind, wird ein Jahr. Ihr werdet sanft entsorgt und die Sender gleich gestaltet. Kann es sein, dass wir den Frauen so viel Platz gegeben haben? Jeden Tag so war für sie immer ein neuer Schützengeaffen. Lass uns doch die Todieren diese ganzen Rechte versuchten. Und das Vor-zu-Mutter-Lacht. Ganz egal, wovon man spricht, dusche sanft und zungen scharf, wichtig ist nur, dass man es auch in Zukunft sagen darf. Talk, 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 talk. Talk, 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 talk. Das war Diestelflicks Live. Schauen Sie doch nächste Woche wieder rein. Und denken Sie dran, wir haben immer einen Platz für Sie frei. Untertitelung des ZDF, 2020